hallo wo ist der sound ah da ist der sound so hallo leute jetzt sehe ich halt den VR-Shield wieder nicht, der ist so beknackt naja guck mal holy shit haha wie geil ist das denn controller ok was haben wir denn hier alles wir sollten vielleicht das ganze ein bisschen leiser machen hat dann gar nichts geändert oder? hast du das mikrofon ich idiot ok passt soweit ok wie sieht es aus mit dem chat ist da jemand? ok da ist noch keiner sorry wie gesagt für dieses Format so aber das kann ich nicht anders einstellen ok was haben wir denn alles hier so? gehen wir mal ein Stück zurück wie geil das ist ey wie geil ist das denn ey ok center camera ok ok warte mal wir sind ganz schön nah dran hier deutsch ist der da jemand im chat? nein ok ok ähm schlagen profil 1 profil 1 ja danke auf er musste schweinchen retten das abenteuer wartet nicht lange lag schweinchen schon in ketten was ist los mit schweinchen alter haben wir denn hier so ey wo ist denn schweinchen? schweinchen ist weg story modus schweinchen ey ja servus wer bist du denn? voll krass die im anderen am start mit euch los hier ey halt mal die schnauze runter mit dir ciao oh ist mir hier runter gefallen so oh da hinten ist ne münze ja ist mir hier ja ja ich ja du 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 Jetzt der Ball weg So, kurz in den Chat gucken, ist denn da jemand? Nein, doch, da hat jemand highgeschrieben, Moment, warte mal, wer denn highgeschrieben ist, das ist total bescheuert, ey. Hallo, Twitch, X, Break, X, Y, YouTube, sorry, grüßt. Ähm, nicht wundern, ich habe hier leider keine Twitch-Chat-Integration und das Format des Videos kann ich leider irgendwie auch nicht ändern. Sonst würde ich das nur verzerren, deswegen hat man links und rechts diese schwarzen Ränder. Aber geil, dieses Game ist, ey, was für ein Jump'n'Run, ey, Jump'n'Run war nicht so, ey, sag ich schon. Das ist ja mal so ein nicer Objekt hier. Hallo? So, haut ab! Let's go! Also, es ist unglaublich, wie schön diese Umsetzung, äh, gemacht ist, äh, dieses Games in VR, muss ich echt sagen. Come on! So ein Plattformer ist halt echt nice. Haha, diese Dinger, ey. Kann ich da irgendwas aufmachen? Da ist eine Münze drin, ne? Steckt irgendwie eine Münze drin hier, oder? Seht ihr das? Das ist eine Münze. Okay. Ah! Zwiebel ist Super Mario. Ich kann so ein Stomp... Stomp... Machen. Ich muss mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, ähm, den Chat reinzublenden. Kann ich irgendwie dagegen springen? Ah, ist einfach viel zu cool, den. So, nur kurz in den Chat gucken, ob da jemand da ist. Okay, hi. Ich hab da drüben noch irgendwas vergessen. So, noch Münzen. So, ein Ei hab ich. Ah, da sind jemanden. Was war das denn, Küken? Du hast gefunden. Drück Y im Bilderbuch, um dann der Geschenk anzuzähnen. Okay, alles klar. Diese Küken, ey. Jesus Christ. Okay. Wulff! Ah! 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 der typ hat mich ganz schön weggenommen mit einsprennen also ich muss schon sagen so ein plattformer in 3d ich hätte nie gedacht dass es so nice ist wieder mal eine ganz tolle sache in VR die ich einfach so nicht erwartet hätte noch bei unten irgendwas so ne münze drüben ne münze nein au auch sehr cool gemacht ich kann einfach da hingucken wo ich es hinwerfen will was ist mit ihm denn los witzig der kleine typ schon sehr cool muss mal schauen ob es eine möglichkeit gibt hier irgendwie VR mit zu integrieren also warum wo ich denn zurück zurückgeportet oh nein ich bin gestorben bin schon wieder draufgegangen voll die Biene abbekommen jetzt muss ich da wieder starten so so ok da bin ich gerade drauf gegangen so ein herz wäre jetzt ganz geil da ist ist da noch irgendwas los hinter mir? nein 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 oh damn it ich wollte diese münze da haben ach komm jedesmal muss ich hier anfangen beim checkpoint oh damn it jetzt muss ich echt mal ein bisschen aufpassen das ist schon mal der erste typ den ich immer verkack hier nein schon wieder nicht hab ich noch drei neben? nein wo bin ich da hingefallen? komm hoch komm hoch oh gott wo bin ich? oh damn it was ist denn da jetzt passiert? scheiße das game ist echt anspruchsvoll komm hier drüben auch hoch okay 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 Wäre besser. Mal aufpassen, dass sie jetzt nicht wieder runterfallen. Nein, 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 oh Gott, jedes Mal nicht. Bühne. 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 Nein, 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 nein. Noo. Jetzt bin ich da über die... Oh, dahinter gehüpft, ey. Das war mein letztes Leben. Scheiße. Und von vorne. Am ätzendsten seid wirklich... ...dass ich die ganze Zeit irgendwo runterfallen. Nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 So, diesmal habe ich es geschafft. No! Beinahe wieder runtergefallen heute. Vor allem ist es zumindest ein Checkpoint, hurra. Aber mein Lebensversuch gleich rip. Hab ich doch wieder neue Leben hinzubekommen. Okay, was jetzt passiert? Ich werde die Mützen einsammeln. Ah, wer ist ein Dungeon hier? Ah, ich habe wieder ein Leben bekommen. Sehr gut. Das ist echt verrückt, wie man da auch dahinter gucken kann. Oh, da war noch eine Münze. Hab ich gerade übersehen. Da oben ist ein Geschenk. Ich kann die Brille ein bisschen richten. Oh, shit. Ich dachte, ich kann da auf diese Frögel draufhüpfen. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich auch über diese Vögel hüpfen, wenn ich da oben lang will. Gucken wir mal, ob mir das hinhaut hier. Das sind aber eigentlich nur Punkte, ne? So. Gehen wir hier links rüber. Gucken wir mal, ob wir das hinhaut haben, ob wir das hinhaut haben, ob wir das hinhaut haben. Diese Pinguine, was ist mit denen los? Was ist mit denen los? Was ist mit denen los? Wir haben wieder so ein Time-Ding. Ja, ist geschafft. So, kurz in den Chat gucken. Ist da noch jemand da? Alter, dieser Baum hier, ey. Ah, guck mal. Da ist jemand. Moment. Ich muss mal ein bisschen weiter nach vorne rutschen. Ich sehe das leider sonst nicht. Ah, Luxner, grüßt man, schönen guten Abend. Sorry, ich sehe leider den VR-Chat nicht. Äh, den VR-Chat sehe ich schon, den Twitch-Chat nicht. Ich muss mal schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, den irgendwie einzubinden, wenn ich hier spiele. Okay. Ich bin wieder zurückgeportet von hinten. Was ein bisschen schade ist, dass ich das nicht im 16 zu 9 streamen kann. Sondern, dass wir halt diese Balken an den Seiten haben, weil das halt in 4 zu 3 funktioniert. 4 pro Auge. Aber die Erfahrung so in-game ist wirklich der Hammer. Für einen Plattformer, ey. Puh. Ich bin immer wieder überrascht, was VR so hergibt. Wirklich in meinen Augen unglaublich. Ein Herzchen. Schade, dass ich nicht mehr jetzt drei Herzen kriege. Ich glaube, da geht es nicht hoch. Oder? Okay, darum sind Ballons. Das ist ein Geschenk. Ich denke... Also links hüpfen, hier rüberhüpfen geht nicht. Da rüber. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Sieht so aus, als wäre denn irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass ich da hin kann. Komm schon. Oh, wie knapp. Wie knapp. Eine Münze noch habe ich hier daneben. Ab in den Dungeon. Was bist du denn hier, ey? Was sind denn das für kleine Dinger hier? Schau dir mal dieses Ding da an. Schau dir mal dieses Ding da an. Was ist denn das? Was für ein Gesicht. Was ist denn das für ein Gesicht? Was ist denn das für ein Gesicht? Was ist das für ein Gesicht? Da also ist das für ein Gesicht. überhaupt nicht den Effekt hat, wie es hier in der virtuellen Realität ist, weil ich kann dieses Ding hier wirklich angucken. Ich kann hier wirklich so rumschauen, dahinter, drunter, mir die Blume anschauen, hier das Wasser, das Ding, das hier gerade gelandet ist, das Wasser, da, kommen wir mal da rein. Hallo? Ah, ist schon wirklich, wirklich geil so. Auch, dass man sich hier so frei bewegen kann und sich das alles in Ruhe anschaut, das Level, oder hier mal so hoch guckt, ey, es ist schon echt eine unglaublich nice Erfahrung. Also, kann ich nur empfehlen, VR ist wirklich super geil so, ey. Ich glaube, wir müssen, oder ich würde gerne nach links gehen. Da sieht es aus, als würde, holy shit, würde es da weitergehen, aber wir springen mal in der Ruhe. Alle plattgemacht, läuft bei mir. Ah, wir gehen da rüber, ne? Hier ist auch noch so eine, so ein Pilz, der vielleicht da rüber, ah, guck mal, da ist eine Münze, äh, eine Demand drauf. No, 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 oh, beinahe wieder, ey. Okay, und jetzt muss ich hier rüber gefrottet, weil ich da drüben fertig bin. Ha, sieht der 3D-Fig krasser aus, als es wahrscheinlich auf dem Bildschirm war ich jetzt. Ohne Scheiß. Nein. Wow. Oh nein, da war noch ein Leben. Ich dachte, das hält länger. Was ist mit dir da oben los, du Arschkönig, Alter? Mal auf solche Stacheldinge auf mich zu schmeißen, ne? Schmeiße wieder so eine Menge darunter Nein, schon wieder. Oh, das war knapp. Was soll ich die in den... Oh nice, hab ich hingekriegt, cool. Das hier ist wohl das... Oh shit, das Ziel, ich wollte eigentlich hier so hochhüpfen. Aber das hab ich wohl nicht hingekriegt. Ich hab nicht so grimmig. Okay, Leute, das ist ein sehr, sehr cooles Game. Das macht echt mega Laune. Würde es uns aber dabei belassen. Einmal zurück in die virtuelle Zuhausebox. Richtig nice auf jeden Fall, macht mega Spaß, kann ich nur empfehlen. Tolles Game und ich verabschiede mich aber erstmal. Ich mache jetzt was zu essen. Danke, dass ihr mit am Start wart. Und wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Game im Livestream austesten. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich irgendeine Funktion finde, womit ich den Twitch-Chat bei jedem Game einblenden kann. Guckt mal, wo ich hier drinnen rumhänge. In diesen Windmühlen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, Luxner. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Übrigens, das Geld habe ich gerade überwiesen. Macht's gut. Tschüss, Leute. Turning를 mich so gut. Ich wünsche euch einfach mal dabei. Ein Wắng beden, falls hier wieder auch mein Wand sides sein. Tens eine efterg��ung hinbe Tour. Jus 아무� ne wuchs, ist das Geld, wenn ich吃. Himmel. Jus competitors grande.